Es ist dir vielleicht die Frage, ob dein Herzensmensch, dein Schatz, dein Wunschpartner, ob er oder sie denn vielleicht auch irgendwann mal merkt oder es jetzt schon bei ihm aktiv ist, auf seinem Bewusstsein, in seinem Bewusstsein, dass du das Glück für ihn in seinem Leben bist, dass er sich eigentlich wohlfühlt mit dir, dass du an seiner Seite das Beste bist, was er eigentlich erleben kann. Und da stellen wir jetzt mal die Frage fürs Kollektiv, ob bei deinem Herzensmenschen das in seinem Inneren bekannt ist, ja, auf der Bewusstseinsebene. Wir schauen mal nach. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen für eure Herzlichkeit hier auf meinem Kanal. Danke für all eure Kommentare, danke für euer Sein und die Legung haben wir wieder aus dem Kollektiv und ihr könnt natürlich jederzeit sehr, sehr gerne immer wieder Fragen fürs Kollektiv schreiben, für eine Kollektivlegung. Und ihr wisst, das ist dein Gegenüber, männlich wie auch weiblich. Wir sind im Kollektiv, Kollektivlegen können nicht für jeden zutreten. So, wir schauen nach bei deinem Herzensmenschen. Merkt er denn, oder ist es ihm vielleicht schon bewusst, dass du das Beste eigentlich bist, was er jemals bekommen kann oder hätte haben können? Da schauen wir jetzt mal nach. Oh, okay. Okay, let's go. Wir haben neun der Kelche. Also wir haben hier schon wirklich ziemlich viel Gefühl mit dabei. Also da ist was da. Was genau sehen wir dann natürlich bei deinem Herzensmenschen? Das ist eigentlich, ne? Das ist das Thema auch bei ihm, weil irgendwas ist da in ihm drin. Also irgendwas merkt er schon. Aber wie genau oder ob er da richtig auch hinkommt ins Bewusstsein, da schauen wir genau nach. Denn hier geht es um die Erfüllung und das ist auch das, was er sich eigentlich sehnt. Nach was er sich sehnt. Weil es dieses Miteinander und da dieses Wohlfühlen auch, diese Nähe. Wir haben, wie gesagt, neun Kelche. Der eine, der zehnte Kelch, der eine Kelch, der fehlt noch. Aber da ist schon, irgendwas bedauert er auch. Irgendwas bedauert dein Herzensmensch und diese, so eine innere Frustration. Irgendwas ist, also hier tut sich was. Denn irgendwo ist auch dieses, was er dir vielleicht nicht gezeigt hat, diese Dankbarkeit in deine Richtung auch. Wir schauen weiter. So, dann haben wir die Münzen. Wir haben die Königin der Münzen. Königin der Münzen. Also, er sieht schon bei dir oder, ja, ja, du bist ja hier der Fragesteller. Er sieht da schon, dass du fürsäuglich bist. Und da war dieses Vertrauen. Irgendwas mit Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Thema. Du hast ihm oder ihr vertraut. Kann aber auch sein, dass er mit dem Vertrauen nicht ganz so besonders gut umgegangen ist. Du bist zuverlässig und vielleicht hapert es bei ihm in der Zuverlässigkeit. Du bist eine sinnliche Frau. Und das ist das, was in ihm vor sich geht. Was sich da irgendwas, merkt er schon. Er war dem Ganzen nachlässig. Diese Nachlässigkeit wird auch gezeigt. Und da geht es aber bei ihm schon in dieses Vertrauen. Also, ich sage mal hier, wir haben ja Vertrauen als ganz, ganz großes Thema liegen. Vielleicht konntest du ihm wirklich nicht vertrauen. Oder aber auch er hat irgendwas nicht vertraut. Oder hat, ja, dir schon. Aber vielleicht eher sich nicht selbst. So, dann haben wir nochmal die Kelche. Also, wir haben nochmal Gefühl mit dabei. Also, die Kelche zeigen hier schon ziemlich viel aus. Da sind wir nochmal in dem Bereich. Vielleicht seid ihr jetzt gerade Freunde. Dass ihr auf einer Freundschaftsbasis seid. Oder er oder sie hat es vielleicht nur auf Freundschaftsbasis gelassen. Aber im Grunde genommen habe ich dann Herzensmenschen einsam hier liegen. Ist er in den Rückzug gegangen? Ja. Wir haben den Rückzug hier nochmal zu sehen. Und irgendwas ist hier, was aber nicht mehr so unbeschwert ist, wie er es vielleicht gerne hätte. Weil wir sind hier bei den Wünschen, bei seinen Sehnsüchten. Und vielleicht ist es auch so, dass er jetzt ziemlich viel im Draußen unterwegs ist. Gemeinschaft mit anderen. Diesem Feiern. Und immer wieder das Draußen. Da sage ich aber, da ist irgendwas mit Ablenkung hat es hier zu tun. Dass er da nicht hinschauen möchte. Oder er lenkt sich ab. Also irgendwas will er hier nicht anschauen. Er läuft vor was weg. Aber irgendwas merkt er auch. Irgendwas tut sich hier. Also wir haben so ein bisschen kleines Durcheinander bei deinem Herzensmenschen. Dann schauen wir mal, was wir noch genauer bekommen. Ja, also ganz deutlich ist auf jeden Fall zu sehen. Er beschäftigt sich sicher mit dir. Ganz klar. Ganz klare Message, die wir hier haben. Und er läuft weg. Auch eindeutig, was hier zu sehen ist. Dieses Weglaufen. Im Grunde genommen habe ich ihn oder sie hier komplett am Zweifeln liegen. Komplett die Zweifel. Die Zweifel, die Zweifel zu sich selbst. Dieses Miteinander. Diese Verbindung, die ihr miteinander habt. Weil da ist was. Da ist definitiv was da. Und er oder sie lenkt sich ab. Gar keine Frage. Also wir haben es hier ganz eindeutig liegen. Er ist unsicher. Und da ist irgendwas, er weiß. Er hat was falsch gemacht. Er hat was falsch gemacht. Und ich sage mal so richtig auf der Bewusstseinsebene habe ich es noch nicht liegen von deinem Herzensmenschen. Aber ich habe ihn in seinen Gedanken. Ich habe da mal so zwei kurze Abbrüche liegen, was die Gedanken zeigen. Kurze Abbrüche. Ja, wenn es um dich geht, ist ja definitiv. Er versucht es zu strengen. Er ist in den Rückzug gegangen. Und ja, Vertrauen ist ja ein ganz großes Thema. Vielleicht was wirklich. Er weiß. Er weiß. Was er wirklich. Was in ihm angekommen ist. Dass er dich enttäuscht hat. Vielleicht hat er dir nicht das alles. Er sagt sich, okay, ich hätte hier noch anders machen können. Irgendwas gut machen können. Weil es läuft alles nicht so. Wie er es sich eigentlich vorgestellt hat. Und da kommen wir immer auf die Herzebene. Da kommt immer eine Herzberührung. Und dann, das tut ihm richtig weh. Ich habe hier wirklich einen Herzschmerz liegen. Ich habe ihn in seinen Gedanken, in seinen Gedanken, in deine Richtung, versucht es aber immer noch wegzuschieben. Und dann, dass du das Glück für ihn gewesen bist oder für sie, haben wir auch ganz deutlich liegen. Denn ich habe ihn im Draußen. Irgendwas ist immer. Es heißt, diese andere Person. Das kann ja eine andere Person sein. Eine andere Frau, ein anderer Mann. Können Freunde sein. Können Familie sein. Irgendwas kommt hier immer wieder in der Wiederholung. Ich habe es eigentlich so ziemlich in der Dauerschleife liegen. Was er die ganze Zeit immer nicht gesehen hat oder nicht wahrgenommen hat. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig an. Aber es ist wie, er vergleicht es. Er merkt den Unterschied. Sei es, wie gesagt, eine andere Person. Männlich, weiblich, wie auch immer. Da ist es so, dieses, wow, das hättest du anders gemacht. Das hättest du anders gemacht. Du wärst ganz anders damit umgegangen. Du wärst einfühlsamer auf ihn umgegangen. Auf ihn umgegangen, ja. Auf ihn eingegangen. Kann ja auch sein. Dass es ihm nicht gut geht. Du warst immer da. Und hast dann auch gesagt, okay, ich koche dir eine Suppe. Ich mache dir was. Oder soll ich dir irgendwas besorgen? Dieses Einfühlsame, dieses Fürsorgliche wird hier nochmal gezeigt. Wir haben es hier ganz deutlich nochmals liegen. Und dass du da dieses Selbstlos für ihn dagewesen bist. Und das merkt er, weil das bekommt er nämlich gar nicht mehr. Weil hier habe ich im Draußen von anderen Personen, ne, habe ich das dann liegen. Also egal, mit wem er Kontakt hat. Deswegen sage ich jetzt andere Personen, ne. Ihr wisst ja, wandle das bitte für euch und für eure Situation um. Da ist es so, da ist irgendwas und dann bekommt er immer so eine Breitseite. Immer so, wie so ein Knall. Ach, schaffst du schon. Oder ja, stell dich nicht so an. Oder geh halt in die Apotheke, wenn irgendwas ist. Also, dass gar nicht wirklich auf ihn eingegangen wird. Und das war in der Vergangenheit, hat er sie überhaupt nicht berührt. Das war so, hat er keinen Wert drauf gelegt. Er hat es ja auch nicht wirklich gekannt. So, und dann kamst du und du hast ihm das alles gezeigt. Diese Wärme, er konnte übrigens damit nicht umgehen zu der Zeit. Er hat sich zwar bedankt oder fand es gut, hat sich aber nie dir gegenüber richtig fallen lassen. War immer so angespannt gewesen und ist schnell in Rückzug gegangen. Hat nichts weiter gesagt dazu. Also, diese Tiefgründigkeit fehlt mir da. Und du hast dir gedacht, du kennst es ja so. Und du hast dir gedacht, was ist denn hier los? Aber du hast schon gemerkt, irgendwas stimmt ja nicht so ganz bei ihm oder bei ihr. Irgendwas ist da in seinem Inneren, irgendwas brodelt in ihm rum. Und möchte er nichts sagen. Und läuft davor eben auch weg. So, und jetzt sind wir aber hier auf der Bewusstseinsebene, wo er definitiv hinkommt. Wo er diese Vergleiche auch zieht, wo sie ihn immer wie so schlagartig erwischt. Dass er merkt, wow, Moment, was ist jetzt hier los? Er denkt an dich, du hättest das anders gemacht. Und ihm fehlt, ich habe das Vermissen, das Vermissen der Wärme, der Zuneigung zu ihm. Dieses für ihn da sein. Und das ist für ihn neu. Und das macht ihn unsicher, das macht ihn unruhig. Weil, wie gesagt, er kennt es nicht. Und jetzt kommt eben das, weil, puh, was ist denn jetzt los? Wieso, habe ich jetzt Sehnsucht danach? Wieso würde mir das jetzt gut tun? Weil da kommen immer wieder die Erinnerungen in deine Richtung. Und ja, ich kann dir ganz deutlich sagen, dein Herzensmensch kommt auf diesen Weg. Also er ist schon, die Bewegung haben wir schon. Er ist noch nicht angekommen in dem Bereich. Wir haben langsame Bewegung. Also der Schnellste von der Truppe ist er nicht. Aber er merkt schon, hier passt was nicht. Und er kommt immer mehr in diese Herzberührung rein und zur Erkenntnis, was du alles für ihn oder für sie getan hast. Vor allem, wie spontan du auch da warst. Er musste vielleicht gar nicht großartig fragen, busch, warst du da? In dem Moment hat er es vielleicht ein bisschen für zu viel gefunden oder hat sich bedrängt gefühlt. Hat vielleicht komisch auch reagiert. So kurze Reaktionen, so ein bisschen Kälte gezeigt. Ja, das war aber das, weil es ihn komplett alles verunsichert hat. Er hat es immer wieder weggeschoben. Und jetzt, egal mit wem er Kontakt hat, kommt das. Ihm wird es bewusst. Und es kommt peu a peu, eins nach dem anderen. Und es fängt langsam an und es wird immer mehr, mehr, mehr. Und es häuft sich auch immer mehr. Weil Bewegung haben wir schon ganz deutlich zu sehen. Weil da tut sich schon was. Weil ich habe ihn sehr nachdenklich liegen. Wo er eigentlich jetzt nicht wirklich so der Nachdenker ist. Ach, hier komm und passt und sowas. Ich habe so eine Veränderung bei ihm. Ich habe eine tiefe Veränderung bei ihm. Für ihn ist es was riesengroßes. Ja, und wie gesagt, die Ablenkung hier immer wieder, dass draußen die Öffentlichkeit klappt, aber auch nicht mehr. Weil er merkt hier auch, er hat gar keine richtige Lust mehr, so richtig hier diese Unternehmungen. Teilweise ist es so, er macht es wie Gruppenzwang, so in der Richtung. Ist aber mehr, ich habe ihn mehr verschlossen. Ich habe mehr diesen Rückzug auch. Ich habe ihn sowieso allgemein verschlossen in seinem Inneren. Und gut geht es ihm auf gar keinen Fall. Ja, aber wir sind auch bei der Frage, ob ihm das bewusst wird, dass du das Glück für ihn gewesen wärst. Und da sage ich dir ja. Auf diesem Weg ist er oder sie. Denn wir haben hier komplett Bewegung in diese Richtung. Und das vertieft sich auch immer mehr. Ich habe dieses Vertiefe. Und das sind seine oder ihre eigenen Wünsche. Weil er merkt selber, seine Wünsche, er vertraut dem Ganzen zwar noch nicht so ganz, weil er sich selber ja noch nicht wirklich vertraut. Da haben wir das Thema. Er vertraut sich selbst nicht wirklich. Kommt aber immer mehr in diesen Bereich rein, dass das Ganze vertieft wird. Die Liebe, die Gefühle, die Sehnsucht, das, was er vermisst, dich, dein Sein, wie du bist. Dieses Selbstlose, dieses Fürsäugliche. Wie gesagt, hier kann es auch sein, dass es ihm in dem Moment ein bisschen zu viel gewesen ist, weil es nicht, das war einfach zu viel, zu viel Druck. Das war, oh Gott, was ist jetzt los, kenne ich nicht. Weil ich ihn so ein bisschen von den Gefühlen her immer so auf dieser Habachtstellung habe. Weil immer dieses Abweisende bei bloß nicht verletzt werden. Das ist aber sein Thema. Das ist sein Vergangenheitsthema. Und da ist es so, wie gesagt, ich kann ihm nur sagen, was in den Karten jetzt gezeigt wird. Aber da ist das, was er immer wieder weggeschoben hat, ist jetzt so dieses, wow, das tut eigentlich richtig gut. Es hat richtig gut getan. Und irgendwie dieses, boah, ich vermisse das jetzt. Mir fehlt es. Also, weil ich ihn wirklich da in diesen, immer so diese kurzen Etappen immer total verwirrt habe. Also, wirklich so verwirrt, dass ihm dann vielleicht auch irgendwas runterfällt oder so. Oder so, boah, was ist jetzt los, dieses kurze Schütteln. Weil ich habe ihn so in seinen Gedanken schwelgend liegen, wo jetzt nicht wirklich der Denker ist. Wo er sich selber auch immer so vor sich selber erschrickt. Aber wir haben die Bewegung, wir haben die Veränderung liegen. Ja, er ist auf dem Weg dorthin. Weil, wie gesagt, angefangen hat es schon. Es ist nicht so, das kommt irgendwann nach dieser Kollektivlegung. Nein, ich habe es in Bewegung auch schon. Da hat sich schon was getan. Weil immer wieder mehr die Herzbüro und die Sehnsucht, die habe ich ganz prägnant hier liegen. Ganz präsent. So, dann haben wir die Acht der Stäbe. Acht der Stäbe. Gut. Wir sind bei der Veränderung. Eine komplette Neuausrichtung von deinem Herzensmenschen. Und hier kommt es wirklich in die Aktion. Bewegung, ja. Und da ist auch so die Bewegung, auch wenn es jetzt ganz noch ein bisschen Stillstand auch ist. Diese Verzögerung, die gezeigt wird. Wusch, auf einmal löst sich der Knoten. Dann geht es rasend schnell, kurz vor dem Ziel. Und da ist eine erfreuliche Entwicklung zu sehen. Wie gesagt, Neuausrichtung, Veränderung, Schnelllichkeit und die Aktion. Also wir haben ganz viel Bewegung hier drin. Wie gesagt, alles, was jetzt hier gerade noch ein bisschen im Stillstand ist, was sein eigenes Chaos ist, sein eigenes Durcheinander ist. Die Verzögerung, da geht es mal richtig schnell. Und tada, schaut euch bitte das an. Wir haben die Liebenden. Also es passt so perfekt zu der Frage, ob ihm das bewusst wird, du sein Glück. Ja, richtig. Wird es ihm definitiv. Denn er oder sie weiß, dass du die Richtige bist. Und vor allem sind wir hier in dem Bereich nämlich Beziehung, Liebe. Und das ist hier ausschlaggebend. Die Liebenden, hier wird Liebe gezeigt. Und vor allem die Beziehung, die Werte, er oder sie schätzt und sieht. Deine inneren Werte. Und dieses Zueinanderstehen, was immer zwischen euch nicht so ganz funktioniert hat. Und das ist eine unwiderstehliche Anziehung. Eine Herzensentscheidung wird getroffen. Und mit ganzem Herzen, von ganzem Herzen. Und die Anziehung, die Liebe ist stärker als alles andere. Die Liebe hat die größte Macht. Und das zeigt sich hier ganz deutlich. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen und wünsche euch jetzt noch einen wundervoll schönen restlichen Tag. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.